Hallo YouTube, ein gut Kick und willkommen zum ersten Video zu Wrestlemania live vor Ort in Philadelphia. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, ich sitze hier, ich halte in Deutschland die Stange. Wer es nicht mitbekommen hat, wir machen fünf Tage lang Daily Streams zu Wrestlemania. Wir haben Community GM, wir gucken Smackdown live im Watchalong, wir haben Quiz vorbereitet. Ich mache das Ganze mit Panda zusammen, dadurch, dass René und Steini in Amerika sind. Und mich hier alleine lassen, halte ich hier die Stange in Deutschland. Wir gucken, durchatmen, Mania Night 1, wir gucken NXT, wir gucken Mania Night 2, wir gucken Raw After Mania, genau. Volles Programm, volles Haus, alles hier im Stream, alles live. Und falls ihr zu Hause sitzt und das alleine schauen müsst oder ähnliches oder Bock habt und Zeit habt, schaltet gerne ein auf dem Twitch-Kanal. Stimmung ist ja immer grandios. Ich sag mal so, die Jungs mussten jetzt hier gerade noch ein zweites Mal ansetzen zum Schreiben. Aber gut, ja. Und wir haben ein Ziel und einen Plan. Ziel und Plan des Ganzen ist es, euch so nah an Wrestlemania mitzunehmen, wie es nur geht. Egal wie. Die Jungs schickt mir die ganze Zeit Content aus Amerika, Videos, Bilder, allem drum und dran. Ja. Und das Ziel ist, euch mitzunehmen, mich mitzunehmen, dass ihr alle das Gefühl habt, ihr reist mit und erlebt vor Ort eine geile, geile Wrestlemania, wenn ihr schon zu Hause sitzen müsst. So wie ich. Ich glaube, der Chat ist bereit. Das Ganze wird ein Mehrteiler. Also ich weiß auch nicht, wie ich die Videos kriege. Wir müssen da so ein bisschen spontan drauf reagieren. Es kann sein, dass ich mal fünf hintereinander kriege, dass dann zwei Stunden Pause ist. Dann kriege ich zehn, dann kriege ich vielleicht nur eins. Das heißt, das wird in mehreren Teilen sein. Vielleicht seht ihr mich auch mehrfach in anderen Outfits in dem gleichen Video. Ich kann es euch nicht sagen. Ich muss da ein bisschen Freestyle drauf reagieren. Aber ich verspreche euch, ihr werdet 1A-Eindrücke aus Amerika bekommen. Ja. So wie kein anderer. Versprochen. Alles auf YouTube, alles für euch. Alles, um Wrestling noch ein bisschen größer zu machen. Und der Chat hat Bock. Ich habe Bock. Und deswegen gehen wir jetzt in so eine Art Live-Reaction. Ich habe die Videos auch nicht gesehen. Ich habe die gerade eben alle bekommen. Von vor Ort. Und ich habe richtig Bock. Chat. Ihr auch? Ich auch. Nein. Ich kann euch sagen, ich habe den Jungs schon mal einen Auftrag mitgegeben. Und zwar ist das das hier. Und das ist so xx. So wie gewünscht. Mhm. Da kommt was zu mir, würde ich sagen. Geil, oder? Ey, dieses Shirt. Das K.O. Shirt ist so gut. Das ist so geil. Ich feiere das so. Und ich habe... Warte mal. Ach so. Ich dachte bis gerade, das wäre ein Kleiderständer. Das ist ja gar kein Kleiderständer. Das sind einfach die Sachen, die die schon gekauft haben. Guck mal. Dann siehst du doch jetzt schon, dass da geshoppt wurde. Da hängen ja vier T-Shirts hintereinander. Da sehe ich schon die Mania-Weste. Hier sehe ich was Gelbes. Das ist bestimmt ja nie was Gelbes. Weiß ich nicht. Okay, dann gucken wir mal ins erste Video. Wie gesagt, ich habe die selbst noch nicht gesehen. Ihr müsst mir gar nicht nur mal kurz Feedback geben, was Sound angeht. Hey, was geht, Junge? Ab in Skiurlaub in meiner Halskrause. Da sind die Brüder. Wann lasst du so blöd? Da gibt es ja gar nicht. Ich habe gerade das Profil mit unseren Fahrers. Okay. Wir haben jetzt eine Uber bestellt. Ich habe ja gesagt, ich versorge euch hier so ein bisschen mit Content, damit der Mann aber im Stream hat. Wir sind jetzt gerade durch die ganzen Kontrollen durch. Ich werde euch natürlich nicht zu viel sagen. Auch diese Videos dienen dazu, die Vlogs ein bisschen anzuheizen. Können wir sagen, was ihr wollt, ne? Der Mann hat einfach mehr Falten bekommen. Mr. Worldwide Pitbull. Entschuldigung. Aber kurze Information. Dwayne The Rock Johnson ist in der WWE World genau zu dem Zeitpunkt, wenn wir unseren Termin haben. Maybe passiert heute etwas ganz, ganz Großes. Ich weiß es noch nicht. Wir haben jetzt eine Uber bestellt. Warte, 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 warte. Nee. Nein, mach keinen Scheiß. Alter, wenn die The Rock sehen, ne? Imagine, die kriegen ein Foto, ein Bild mit The Rock. Das ist eigentlich... Also ihr müsst euch das so vorstellen. Man kriegt ja ein Time Schedule, ne? Also du kriegst halt einfach so eine Übersicht, was passiert. Was passiert Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Du weißt bei ein paar Sachen, was passiert. Heute ist, glaube ich, zum Beispiel dieses ganze 2K-Turnier mit dem Zocken gegen Xavier Woods und Bayley ist, glaube ich, da und allem, all so Sachen, ja? Du weißt immer nur so einen Rahmen und erfährst meistens immer kurz vorher erst, was Sache ist. Und das mit The Rock wurde heute announced. Und normalerweise sind diese Media-Scrums immer an einem gesammelten Ort, ja? Das heißt, die Leute, die sich da anmelden, sind halt auch alle eigentlich... Also das ist halt immer ein Bündel an Leuten, die sich da zusammenfinden. Das ist jetzt nicht so, dass, weiß ich nicht, Seamus ist irgendwo da hinten in der Halle und Bayley da hinten, sondern meistens sind das so kleine Media-Scrums. Die Chance ist also sehr hoch, dass die The Rock sehen, Alter. Das wäre krank. ...etwas ganz, ganz Großes. Ich weiß es noch nicht. Wir haben jetzt einen Uber bestellt. Wir warten jetzt noch. Ach so, wir müssen ein bisschen zurück machen, ne? Ich werde euch natürlich nicht zu viel sagen. Auch diese Videos dienen dazu, die Vlogs ein bisschen anzuheizen. Aber, kurze Information, Dwayne The Rock Johnson ist in der WWE World genau zu dem Zeitpunkt, wenn wir unseren Termin haben. Maybe passiert heute etwas ganz, ganz Großes. Ich weiß es noch nicht. Wir haben jetzt eine Uber bestellt. Wir warten jetzt da drauf. Wir wurden gerade zum dritten Mal rausgezogen, weil wir irgendwelche Nahrungsmittel mit haben. Die Koffer sind zum zehnten Mal da durchgescannt worden. Dass die Dinger nicht leuchten, ist auch alles mittlerweile. Aber, ja gut, Wetter ist überschaubar. Es regnet nicht und das ist die Hauptsache. Würde ich mal sehen. Ey, ich versorge euch, sobald ich weiteren Content habe. Viel Spaß im Stream und Twitch Prime ist kostenlos, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das boostet. Rekstau. Ey, was geht, Junge? Ab in den Skiurlaub. Ich bin mal gespannt, wie es für Erne wird, ne? Ich weiß ja gar nicht, wie tief der drin ist. Aber ihr habt gehört, Twitch Prime ist kostenlos, ne? So, nächster kurzer Clip. Den guten Mann solltet ihr, denke ich, kennen, oder? Gut, gut. Ja, das ist Big Mike. Wer kennt die nicht, ne? Chat. The Big Mike. Das ist doch der, der mit Logan Paul den Podcast hat, ne? Das weiß man ja. Kollege von Logan Paul, Ex-Freund von Lana Rhodes. Was weiß ich, der ist auch bei uns im Hotel. Das ist unser Hotel hier. Und ich spoiler euch das jetzt schon mal, ne? Und da ist das Wrestler Hotel. Ich wusste das halt schon. Und ich durfte es natürlich nicht sagen, ne? Ich durfte es euch nicht sagen. Ich musste mich zusammenreißen. Ich muss, glaube ich, übrigens einen anderen Player nehmen. Die sind direkt gegenüber vom Wrestler Hotel. Deren Hotel ist direkt gegenüber. Hier ist das Lowe's oder Löws. Und da ist das Wrestler Hotel. Und da hinten, ihr könnt das ja, glaube ich, hinter mir, das seht ihr jetzt nicht. Warte, vielleicht soll ich mich eher oben hin machen? Warte mal, ob ich mal. Ich weiß ja nicht, ob das oben besser ist. Eigentlich nicht, ne? Eigentlich ist es unten ganz gut. Unter mir ist praktisch der Durchgang, glaube ich, zur WWE World. Also die haben einen Fußweg von sieben Minuten oder so. Ich würde halt sagen, ich würde ein bisschen auf Nacktbilderjagd gehen, weil das kann ich richtig auf jedem, wirklich jede Planeten durch die Decke schießen lassen. So krass, ne? Und ich spoilere euch das jetzt schon mal, ne? Und da ist das Wrestler Hotel. So krass. So krass. Und irgendwo direkt da? Ja, genau. Das ist das, was ich meine. Ein paar Minuten runter. Ein paar Minuten runter. Und dann sind wir in drei Minuten circa am Store. Dann kriegt ihr da das Nächste. Boah, ist so geil. Ja, sind wir lang gelaufen, ne? Da hinten ist diese komische... Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Hier sind auch schon... Guck mal, das ist auch schon entdeckt worden. Der berühmte Bruder. Der Hard Rock Café auf der Seite. Nochmal ein kleiner Funfact. Ihr könnt euch das ja manchmal gar nicht so richtig vorstellen, ne? Was wir halt so machen. Also letztes Jahr war es halt noch extremer. Jetzt war ja auch die Zeit ein bisschen kürzer. Ich habe 1000 Dollar ausgegeben und bin zwei Stunden hier. Sehr gut. Sind die... Ist das das Geld, was du schon abgeholt hast? Schon wieder weg, Steini? Ihr müsst euch das vorstellen. Letztes Jahr war das halt auch super krass. Wir waren halt voll im Hype und haben uns dann so L.A. angeguckt. Was kann man machen? Wo ist da? Hier ist eine Veranstaltung. Da ist eine Veranstaltung. Ich spoiler jetzt mal was, ne? Als vor drei Wochen der Stream war, wo René Patti so diese Info zum ersten Mal bekommen hat, dass er mitfliegt. René ist ja dann früher nach Hause gefahren. Ich habe ja bei Steini gepennt. Jetzt könnt ihr uns für völlig idiotisch halten, ne? Ich sage euch, was wir gemacht haben. Wir haben Philadelphia 4K-Video eingegeben. Tour durch Philadelphia. Und da ist ein Bus durch Philadelphia gefahren. So in einer POV. Wirklich. Als wärst du der Busfahrer. Jetzt könnte man sagen oder vermuten, dass eventuell zwei 35-jährige Männer auf Bürostühlen im Keller saßen. Und die Fahrt mitgemacht haben. Nämlich so. Wir haben wirklich jede Bremsung und jede Kurve mitgenommen. Das war so lustig. Und dann sind wir hier auch entlang gefahren. Und das hinten, das Gebäude, was da ist, das ist irgendwie, ich weiß nicht, was das ist. Also ich kenne mich da nicht aus, ja. Das ist wahrscheinlich irgendwas total geschichtsträchtiges. Aber das ist ein Riesengebäude. Das sieht total krass aus. Und ja, da sind wir entlang gefahren und haben uns dann in die Kurve gelegt. Und hier runter ist WWE World, ja. Das ist krass. Drei Minuten circa am Store. Drei Minuten. Das ist halt auch so ein Untergang. Kaufen und direkt ins Hotel und ablegen. Das ist so komische. Ich weiß immer noch nicht, was da ist. Hier sind auch schon... Nee, der berühmte Bruder. Der Hardrock-Café auf der Seite. Aber das müssen ja dann schon Leute aus dem Chat sein. Soll ich hier kennen, den ganzen Staff. Wir warten jetzt mal wieder auf René. Ich kenne das, ja. Wenn Sie wieder hübsch machen. Und dann lucht der Lachs. Das ist halt lustig, dass er sagt, ich kenne das, weil ich bin auch nur mit ihm durch die Straßen gefahren und wusste da auch nichts. So, aber dadurch, dass wir... Wir sind halt... Wir sind mal die... Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn man so in Urlaub fährt, dann guckt man sich schon mal so ein paar Wege an. Wo kann man laufen? Wo kann man fahren? Gerade in Amerika, ne? Und in den Videos, die wir gesehen haben, saß auch irgendwie ein bisschen weniger crowded aus als hier. Aber wir sind halt schon, weiß ich nicht, wie viele Meter gelaufen durch die Straßen und gefahren durch die Straßen, um mal zu gucken, was ist da. Ich habe schon für die Restaurants gesucht. Da ist ein Korean Barbecue in der Nähe und alles, was total geil ist. So Sachen halt, ne? Aber, also das haben wir, dementsprechend kommt mir das schon bekannt vor. Allein schon, dass du gegen... Bro, stell dir mal vor, dass hier, mal abgesehen davon, dass dieser Big Mike ja eine große Nummer ist anscheinend, hier ist deren Hotel. Da gegenüber ist das Wrestler Hotel. Und hier ist ein Hardrock-Café auf der Ecke. Was glaubt ihr, was an den Abenden da in dem Hardrock-Café passieren wird? Unter Garantie. Unter Garantie werden da irgendwelche Wrestler rumpimmeln. Das ist so crazy. Und überlegt mal, letztes Jahr haben die auch noch, haben die ja schon Chad Gable getroffen vor Ort noch, falls ihr euch daran erinnern könnt. Und Steini schickt mir hier noch weiter Sachen. Sehr gut. Die haben ja Chad Gable vor Ort getroffen. Was meint ihr, was in dem Hardrock-Café da los ist? Ja, am Foodtruck. Und der Foodtruck war praktisch auch ziemlich nah am Hotel. Ich glaube, du bist runtergegangen und dann irgendwie so 100, 200 Meter, da war der Foodtruck. So krass, ne? Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was im Hardrock-Café abgeht. Die werden sich ja wahrscheinlich so ein Areal absperren lassen oder so ein paar Leute, aber gehst du da hin und hast dann wahrscheinlich so Typen wie Baron Corbin oder sowas. Weißt du? Puh. Von der WW World einfach eine komplett leere Halle. Da kannst du Tickets holen. Und da hinten ist der Eingang. Nicht viel besser, ne? Also keine Ahnung, was uns da jetzt erwartet. Boah, ist das cool. Alles voll voller Screens. Und ich denke, morgen wird hier alles voll. What the hell? Wie groß ist das denn? Guck mal, was die da für eine Schlange vorbereitet haben. Ach, oh je. Guck mal, wie geil das ist, dass die heute schon da sind. Aber da sind ja so viele Absperrungen. Und da hinten ist der Eingang. Also keine Ahnung, was uns da jetzt erwartet. Das ist auf jeden Fall alles voll voller Screens. Und ich denke, morgen wird hier alles voll sein. Aber ich bin mal sehr gespannt. Wie soll der denn, wie soll der dir denn in HD schicken? Boah. Ladies and Gentlemen, nochmal. Ich muss mich nochmal wiederholen. Willkommen bei der WWE World. Jetzt wird es wild. Und jetzt haltet euch fest. Ah, der hat direkt Michaels drauf gehabt. Loy. Boah. Tschüss, Bruder. Auf entrance angelegt, der Aase. Alter Vater. ECW-Stand. Hier stehen die irgendwelche an. Boah. Wie geil ist das denn? Genau in dem Moment. Boah. Sieht das gut aus. Das ist ja gar kein Vergleich zu den letzten Jahren. Das ist ja überhaupt kein Vergleich zum letzten Jahr. Bro. What? Kannst du wahrscheinlich so auswählen, wie du rauskommen willst. Ich gönne den ja alles, den Jungs. Nach wie vor. Aber da bin ich gerade richtig, richtig neidisch drauf. Imagine, ich mach einfach 1 zu 1 Cosplay vom KO Entrance. Also das, wir müssen das leider noch, wir müssen das nochmal gucken. Weil die Eindrücke, guck mal, ihr müsst das mal, guckt euch mal den Vlog vom letzten Jahr an. Und wie der Superstore da aussah. Im Prinzip einfach eine graue Lagerhalle mit ein paar coolen Ständen, wo du Merch kaufen konntest. Das ist ja wirklich ne Welt, Alter. Du gehst da rein, hast oben dieses Michaels Ding, hast links und rechts. So wie letztes Jahr auch diesen Entrance. Hast geile Sounds links und rechts. Gehst rein, hast rechts diesen Entrance, den du selbst machen kannst. Und das geht ja noch weiter rein. Das sieht ja optisch tausendmal geil aus. Das sieht aus wie ein kleiner Freizeitpark. Ein Wrestling-Freizeitpark. Boah. Alter Vater, ECW-Stand, hier stehen ihr welche an. Aber ist auch ein Witz, der das genau in dem Moment KO anspringt. Ne, wo da ist er, der echte. Geil. Boah, hoffentlich machen die für den Vlog eine Entrance. Steini, falls du noch da bist und das hörst, es ist Pflicht, dass ihr für den Vlog Entrances macht. Ist Pflicht. Hier sind alles so Fotostations, glaube ich. So krass. Und da geht es auch noch weiter. Und jetzt. Wer hat denn da meinen Namen geschrieben? War das Erné? Das war doch Erné, oder? Hat Erné meinen Namen geschrieben? Ist doch nicht Renés Stimme. Es ist Lievon. Geil. Ich würde so durchdrehen, ne? Ich würde da, ich würde rausgehen, ich würde mir T-Shirts erreißen. Ich würde einfach nackt da drüber rennen. Und da kommen ja noch ein paar Videos. Alter, das macht so Bock, Chat, ne? Fickt rein. Gar keine Bremse. Der Zug kennt keine Bremsen. Das ist der Bloodline-Baum. Okay, das kickt anders hart rein, gerade direkt irgendwie, ne? Ganz komisch. Das kickt gerade sofort anders rein. Ich habe die... Oh Gott, wie soll ich die Doku schauen? Mir schießen jetzt schon die Träne in die Augen, Alter. Wie soll ich diese Doku schauen? Wie soll ich mit euch die Doku schauen? Das ist unfassbar. Bray übrigens sehr präsent hier. Würde mich nicht wundern, wenn am Samstag, Sonntag noch was passiert. Naja, überlegt mal. Ihr habt ja am Samstag alleine schon die Pressekonferenz da. Also für die, die es nicht mitgekriegt haben. Am Samstag ist in der WWE World eine Bray... Also da ist so eine... Für die Dokumentation eine PK. Und mit ganz vielen Special Guests. Und Zitat Special Guests, die man nicht verpassen möchte. Und Slim Jim schmeckt absolut ekelhaft. Yeah! Glaub ich dir, Alter. Riesen Peitschwurst, Digga. Glaub ich dir, wirklich. Das sind so Sachen, die gibt es schon zehn Jahre, weißt du. Die schmecken einfach scheiße. Ja, glaube ich dir, Killer B. Die Doku war krass. Ja, ich... Boah, ich muss mich auch... Wenn wir die im Stream schauen, wird es wild. Dann wird es wirklich, wirklich wild. Ey. Krass. Krass, 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 krass. Also da... Dorf man dahinter die Absperrung? Nein, steht... Oh Gott. Aber das ist jetzt noch gar nicht geöffnet, ne? Darf man nicht? Okay. Ja, egal. Boah, Alter. Boah, ich... Aber es ist komisch, ne? Muss man sagen, es ist komisch. Ich sehe so ein Bild, so... Und mir schießt es trotzdem direkt irgendwie so... Oh. Ich kann das gar nicht erklären. Ich kriege trotzdem ein bisschen... Ja. Schnappatmung, so. Es ist ja einfach nur ein Bray Wyatt Ding. Ich kriege trotzdem so ein bisschen... Boah, ist das geil. Das Firefly Fun. Boah, ist das groß! What the fuck? Digga, das ist ja gar kein Vergleich. Das ist ja überhaupt kein Vergleich. Zu letztem Jahr. Was ist das? Das ist ne Gamescom. Bro. Ist das krank. Gut, dass ihr jetzt schon da seid, Steini, Alter. Boah, ist das leer da noch. Bitte kauft alles leer. Wenn es irgendwas gibt, was für mich interessant wäre, bitte melden. Ich hab ein bisschen was zurück. Boah, der... Sag mir nicht, da ist noch irgendein Taping oder so. Alter. What the hell? Ach, dieser riesen Gürtel da in der Mitte. superstar entrants noch mal gucken oder ich will es noch mal sehen ich will auch nicht wissen wie voll es aber das wochenende weg wird also wirklich nicht ganz ehrlich ne alleine dafür würde es sich lohnen in einen flieger zu steigen wir reden noch nicht von wrestlemania man reden noch nicht von wrestlemania dafür lohnt es sich alleine dafür ist das krass wo sind die da gerade die sind philadelphia bei wrestlemania und das ist so eine wwe world ist wie so eine convention mit superstar und superstars die zum interview sind und allem drum und dran wichtiges video ist eine superlative im gegensatz zum letzten ja du kriegst alles du kriegst wirklich alles und mit alles meine ich alles wir werden partnerlob machen da kenne ich gar nichts und achte mal hier kristin gedreht schau leben und schau leben oder dann haben wir hier noch ein paar bächer du kriegst alles hier wirklich alles und mit alles meine ich alles steini falls du noch hier bist kaufen wir bitte auch geile sachen bitte steini ich bezahle dich doch auch selbst erne selbst erne ist angezündet es gibt die eine neidweste unterschrieben von ihm und solche scherze hier für 200 dollar als eine kacke schweiz mäßig alles am start Es gibt die L.A. Nightweste unterschrieben von ihm und solche Scherze hier, für 200 Dollar und so eine Kacke. Shirts mäßig, alles am Start. Wir müssen jetzt gucken, wir müssen jetzt erstmal bezahlen, also ich war gut shoppen. Und, äh, ja, René, geh rein, Junge. Die ist an dir. Dreimal excel. Geh rein, Junge. Trau dir mal was. Let me talk to you. Kranke Scheiße, Alter. Und jetzt gleich kommt Drain The Rock Johnson in 20 Minuten. Aber so hast du mal ein paar Impressionen. Kepis von Wrestlemania. CM Punk Jacke gibt's auch. Oh, die L.A. Nightjacke reizt mich, ne? Aber die kriegt der, glaub ich, nicht mit. Eine unterschriebene L.A. Nightjacke, eine Originale. Ich hab nur mal nach dem Preis gefragt. Unverbindlich. Nur unverbindlich. Mal nachgefragt. Mal nachgehakt. Ne? Let me talk to you. Und da geht die Blugangst. Alter, ist das krank. Also, mal unabhängig davon so, also, ganz ehrlich, Steini, deck dich ein, Bruder. Wirklich, deck dich bis oben hin ein. Weil das Zeug ist von einem anderen Stern. Das ist von einem anderen Stern. Machen wir mal Community-Treffen vor Ort? Ich würd jetzt losfliegen. Wer hat Bock? Sollen wir mal machen? Wir sind bereit. Aber, guck mal, mal unabhängig davon, ne? Was das auf viel Geld ist. Brauchen wir nicht drüber reden. 200 Euro für eine L.A. Nightjacke oder Dollar ist schweineteuer. Es ist aber L.A. Night, so unterschrieben. Die Original-L.A. Nightjacke, die ist schon teuer. Mit Unterschrift. Ein Rahmen. Sieht geil aus. Fertig. Aber, alleine als Fan. Und jetzt stellt euch mal einfach vor, es ist eure Rolle oder euer Moment. Ihr seid da vor Ort. Und ihr seid in dem Fall Shawn Michaels Fan. Razor Ramon Fan. Weiß ich nicht, was für ein Fan. Und du kriegst von deinem Lieblingswrestler solche Geräte. Der Superstore ist eine super Lative im Gegensatz zum letzten Jahr. Du kriegst alles. Du kriegst wirklich alles. Und mit alles meine ich alles. Wir werden Partnerlob machen, da kenne ich gar nichts. Und achte mal hier, kriegst du die gedreht? Ciao, Leben. Bro, also. Also. Das ist, das ist, das ist Endzeit Michaels Jacke. Da noch die Jogginghose drauf, die er von uns gekriegt hat. Das ist krank. Das ist krank, die Jacke. Das ist wirklich, die Jacke ist, da steht Steinichs Name drauf. Das ist so, alles, was Shawn Michaels so verkörpert, da steht Steinichs Name drauf. Wenn der zurückfliegt und diese Jacke nicht mit hat, kriegt der von mir so eine dermaßen Ansage. Also. Und. Ciao, Leben, Bruder. Die Gerät, Junge. Was ist das? Warum haben die sowas? Was soll das denn? Bro, die ist ja... Also, ich weiß gar nicht, ob die nicht vielleicht so noch schlimmer ist. Ich weiß wirklich nicht, ob die nicht vielleicht so noch schlimmer ist. So. Also viel, viel, viel mehr Zeug hier am Start. Boah, ist das riesengroß. Bisschen eingekauft. Da ist mein K.O. K.O., ne? Ja. Ja. Bisschen eingekauft. Jeder Kiecher, ne? Ja. Jetzt bezahlen und dann gehen wir zu... Next. So, was geht, Junge? Ich hab grad 1000 Dollar ausgegeben und bin noch nicht mal eine Stunde hier. Geile Nummer. Wir gehen jetzt rüber zu The Rock und zocken mit Miss und Art Juice hier und was, keine Ahnung. Und da bin ich im Vlog. Ja. Geil. Ich liebe alles da dran. Guckt's euch an. So, was geht, Junge? Ich hab grad 1000 Dollar ausgegeben und bin noch nicht mal eine Stunde hier. Geile Nummer. Schnell scouten, was hat er gekauft? Verdammt. Viele Becher. Paar Shirts. Hey, aber man muss halt einfach sagen, ich bin reich und ich scheiße auf alles. Man muss halt sagen, kann auch nicht jeder tragen, aber diese Chatline, ich glaub Chatline heißen die, ne? Chatline-Jacken, die kann Steini halt tragen, ne? Die stehen dem halt irgendwie. Das muss man dem so einfach zugutehalten. Wir gehen jetzt rüber zu The Rock und zocken mit Miss und Art Juice hier und was, keine Ahnung. Und da bin ich im Vlog. So, und jetzt stellt euch vor, ihr hört ja jetzt gerade, die gehen jetzt rüber und zocken. Das ist jetzt der erste Teil, wo wir euch mitnehmen, ne? Das ist der erste Teil. Ich möchte euch nur sagen, die gehen jetzt gleich erst für den Superstars. Wir gehen zu The Rock und zocken jetzt mit Miss und Truth. Ist ja alles easy. War ja letztes Jahr schon hier. Alter. Ray Mysterio Panel. Cheap Heat The Ringer with Guest AJ Styles. Cody Rhodes Panel. Das ist das Panel von heute. Bro. Das ist das WrestleMania Panel von heute. Nur von heute. Ray, AJ Styles, Cody Rhodes, The Rock und danach das 2K-Turnier mit Xavier Woods, Selena Vega, Bayley, Kofi Kingston, Jey Uso, Johnny Gargano, Tegan Nox, The Miss and Art Truth. Nur heute. Und wir sind jetzt erst an dem Punkt The Rock. Auf die Frage, wie lange ihr noch wach bleiben müsst, um Content zu kriegen. Wir haben noch ein paar Stunden vor uns, Chat. Alter. Ja. Ja. Das wird geil. Ich könnte nicht zocken mit Selena Vega neben allem. Ich habe ja ein bisschen die Hoffnung, bei der WWE-Live-Tour mal irgendwie auf Bayley zu treffen. Ich bin ja wirklich Bayley-Fan. Ich habe die damals schon bei NXT tot gefeiert. Ich fand die immer super. Das Gleiche hätte ich bei Bayley. Bei Bayley wäre ich, glaube ich, ein bisschen starstruck. Bayley ist, glaube ich, in der Women's-Bereich wirklich meine Lieblingswrestlerin. Unabhängig von diesen Nachwuchs-Wrestlerinnen und so, Bayley feiere ich einfach tot. Ich finde, Bayley hat einfach... Ich habe, ich habe, das ist ja nichts so dieses, oh, ist eine Frau, ne? Sondern es geht sich darum, ich habe vor Bayley auch massivst Respekt. Ich habe wirklich sehr, sehr viel Respekt vor der Frau. Aus dem einfachen Grund, dass die so durchzieht mit Verletzungen, die sie durchgezogen hat, in der Corona-Zeit die WWE getragen hat und ihre ganze Attitude, die sie im Ring und außerhalb des Rings bringt. Ich habe großen, großen Respekt als Mensch irgendwie vor Bayley. Das ist blöd zu sagen, wenn man die Person nicht kennt, aber guckt euch das Panel an. Das ist krank. Ich brauche einen Nachschub. Hallo? Hallo? Ich brauche einen Nachschub. Bei euch auf YouTube war jetzt wahrscheinlich ein kleiner Hardcut. Wir haben hier im Stream weitergemacht, haben weiter unsere Session gefeiert. Ihr seht, der Chat ist immer noch massivst am Spammen. Wir haben, ihr seht hier sogar die Uhrzeit, halb eins in der Nacht. Der Chat ist komplett am Start. Wir haben ein bisschen lustige Sachen gemacht, ein bisschen Wrestling geschaut, ein bisschen Songs komponiert. Und in der Zeit habe ich schon wieder neues Material bekommen, welches ihr jetzt exklusiv auf YouTube mitbekommt. Und wir gehen rein, würde ich sagen. Denn, neuer Content von Steini, vor Ort, aus der Arena. Es wird heiß. Das hatten wir noch nicht. Ich glaube, wir haben hier aufgehört. Dann würde ich sagen, WWE Worlds, das Panel hat angefangen. The Rock ist wohl irgendwie so, weiß ich nicht, laut Chat so anderthalb Stunden oder sowas zu spät gekommen. Es ist The Rock. Der darf das. Wenn das jemand darf, dann The Rock. Können auch gerne mal ein paar lustige, genau, ein paar Rocky-Modes. Fände gut. Wir haben ja ein paar zu Hause mal. Gebt ihr ein paar. Und Steini hat mir eben richtig, richtig, richtig viele Videos geschickt. Lange Videos. Sehr, sehr lange Videos. Aber bevor wir in die Videos gehen, zeige ich euch mal zwei, drei Sachen. Steini bei der WWE World im ECW Cosplay. Guck mal an, wie glücklich der Mann ist. Wie glücklich kann ein Mensch aussehen, Chat? Wahnsinn, oder? Schatz, bring den Müll raus. Pass auf. Ihr dachtet, das ist geil. Wow. So geil. Also die WWE World ist krass, Alter. Boah, bin ich neidisch. Also, ich sage nicht oft, dass ich neidisch bin. Und neidisch ist ja jetzt nicht mal negativ. Sondern, ja doch, ich bin neidisch. Also da so ein Bild zu haben am Entrance von Bray. Mit der Laterne. Hier oben mit den Firefly Funhouse Charakteren. Boah. Man sieht auch einfach geil aus. Und Respekt auf Steini. Ist ein geiles Bild. So aus der Tür gucken und so. Ist ein geiles Foto, man. Boah. Ich stelle euch mal vor, ihr könntet da ein Foto machen, ne? Ich schluck jetzt schon wieder stark. Die Doku werde ich nicht überleben. Ich bleib dabei. Krass. Sehr, 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 sehr geiles Bild. Und ihr dachtet, das wäre krass? Ich gebe euch mal ganz kurz die Nachricht dazu. Ich zitiere. Kam einfach aus dem Hotel. I speak in the face of people who don't want to be cool. Wie krass ist das denn bitte, Alter? Wie geil, Alter. Oh, ich hab richtig, ohne Witz, ich hab richtig Gänsehaut. Weil ich weiß halt einfach, dass Steini das auch super, super wichtig ist, so Leute zu sehen. So aus der Vergangenheit, so aus der Jugend so ein bisschen. Die man früher auch nicht leiden konnte. Und Kalito ist halt, ob der Run jetzt gerade cool ist oder nicht, ist einfach eine verdammte Legende, Alter. Richtig, richtig geil. Super entspannend soll. Eine WrestleMania-Hoodie draußen. Da sieht man doch jetzt schon, dass der Heel turnt. Aber Steini hat mir das Gesicht gespuckt. I speak in the face of people who don't want to be cool. And you don't look cool. Ja, safe Miriko, Mann. Safe. Ich gönne den das auch von Herzen, wirklich. Hat er sich sehr, sehr, sehr verdient. Aber ist halt geil. Und ich finde... Ich weiß, wir sagen das immer wieder. Und man hat das die letzten Monate, glaube ich, ihm auch häufig gesagt, dass man sieht, dass es ihm gut geht. Er könnte mir erzählen, was ihr wollt. Ich finde, Steini sieht gerade einfach aus. Und das meine ich so positiv, wie ich sagen kann, wie ein kleines, glückliches Kind. Guckt euch das an. Guckt mal, wie happy der Mann ist, dass der einfach Kalito trifft. So einen, den er aus der Jugend kennt. Ich gönne ihm das wirklich sehr. Das ist richtig, richtig cool. Der sieht richtig, richtig happy aus. Richtig zufrieden. Amerika. Der liebt ja Amerika sowieso. Dann triffst du noch deine liebsten Wrestler. Der hat eine Shawn Michaels Jacke an. In dem einen Foto hat er die Jacke an. Ich glaube, der ist einfach gerade super, super erfüllt und glücklich. Voll geil. Freut mich sehr für den. Boys and Girls, haltet euch fest. Eine Minute pure The Rock Promo vor Ort. Natürlich auch absolut voll da. Aber richtig krass. Ist das geil. Boah, muss das geil sein, oder? Wie geil muss das sein, wenn du da vor Ort bist und auf der Bühne steht einfach fucking The Rock, Junge. So, keine Ahnung. 100 Meter Luftlinie. Okay, jetzt denkt ihr, boah, Alter, so wenig. Ist das gleiche Video. Ich kann euch beruhigen, Chat. Etwa nicht nur eine Minute. Sondern ein bisschen mehr. Ist das das Zweite? Wartet mal. Ich muss mich gerade selbst ein bisschen sortieren. Wartet. Okay, ja, ist richtig. Sorry. Sorry. Ich weiß nicht, wie es ist, aber ich habe einen Mauer. Ich habe keine Tattoos. Ich habe keine Haare. Wie kann ich sagen? Exzeption. Wow. Remember das? Okay, ihr habt Spaß an WrestleMania. Und Happy Birthday. Okay? Und remember das. Wenn The Rock läßt die Smackdown auf Cody, ein Mann hat zu tun. Was ein Mann hat zu tun. Happy Birthday. Der hat ja gar keinen Bock, der Kleine. Ich sage, wo bin ich denn? Was will der Glatzköpfige alte Mann von mir? Was labert der mich voll? Ich bin für Niki Esch hier. Wo ist die? Ich wollte eine Frau sehen. Jetzt sehe ich hier so einen glatzköpfigen alten Mann in irgendeinem Gucci-Fake-Camp. Was will der Mann von mir? Der hat ja gar keinen Bock, der Kleine. Wenn The Rock läßt die Smackdown auf Cody, ein Mann hat einen Mann. 2 Uhr Stage-Reveal. Geil. Ja, gut. Alter, die Fresse. Lass mich in Ruhe. Ich will hier runter. Was das für ein scheiß Geburtstagsgeschenk? Wo mich hier runter? Ich will nächstes Jahr wieder Playmobil. Hör auf mit der Scheiße. Aber Chat, ihr dachtet, das wäre krass. Jetzt lehnt euch zurück. Habt ihr alle ein Kaltgetränk? Habt ihr? Gut. 4 Minuten Rock-Promo. Viel Spaß. Macht der jetzt eine Fragerunde? So, wer hat eine Frage? Wo hast du das Fake Gucci-Hemd her? Ebay. Temo. Ich kann sagen Amazon. Was ist denn mit dem los? Das ist von Queens, New York. Was ist denn mit dem los? Das ist gonna be a dangerous question right here. I can tell. Mark, he used to salvage here from Queens, New York. I guarantee you, in all of a business, in my playing's match of slave. I wanna know about you, how good is he gonna feel when you see Cody Rhodes laying flat on his stupid little back because he sucks. He's nowhere near your left. Everyone in this building is a Kakarot. Stop there, can you? You are the great one. The Rock, the greatest of all time. And that's the way it is. So you're all gonna go home staring at you, Cody-Krein-Baby, stupid little bitches. So, damit jede Promo, also das war die beste Promo, die ich von Cody Rhodes die letzten zwei Wochen gehört habe. Junge, das ist mit dem verkehrt. Und The Rock denkt, boah, was? Okay. Kann man jetzt hier so ein, kannst du so ein, ich weiß nicht, ob Lektos das gecuttet kriegt. Wir können ja ein Gewinnspiel machen. So ein Jingle, wisst ihr? Wir machen jetzt einfach so, was passiert? A, B oder C? Lustige Musik jetzt einspielen und dann A. The Rock stimmt ihn zu, holt ihn auf die Bühne, nimmt ihn in den Arm und sagt, möchtest du einmal sagen, if you smell what the rock is cooking? B. Der Typ wird von der Security einfach rausgetragen. The Rock stimmt ihm dann noch zu. C. The Rock hält eine massive Heal-Promo und fährt dem jetzt so dermaßen vor den Karren, was er denkt, dem ihn in die Show zu stiehen und labert den so in Grund und Boden, dass der nie wieder ein Wort vor Publikum sagen wird. Ihr dürft entscheiden, A, B oder C. Ich glaube, also mein Gefühl sagt mir, also der haut dem jetzt so dermaßen Sprüche um die Ohren, so sehr der auch lacht, ich glaube, der haut dem jetzt richtig Sprüche um die Ohren. Aber hör mal das nochmal an, weil der war ja schon, also das ist wirklich so ein Typ, der denkt auch, das ist mein Moment, ich kann einmal zu The Rock sprechen, ich lasse jetzt mal alles raus, was ich zu Hause abkriege. So. Zu Hause geht es mir nicht gut, Gerd Linde schlägt mich, ich bin bereit. Ich sag, der nennt den Asskisser. 100% sagt der Asskisser zudem. Obwohl, da musst du halt aufpassen, der rastet dann nachher aus. Er ist komplett. Er ist komplett. Ich weiß nicht, ob ich eigentlich gehört, eine Frage, aber... Was war die Frage? Wie gut ist es? Wie gut ist es? Wie gut ist es? Wie gut ist es? Was ist das? Wie gut ist es? 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 Aber A, weißt du ja auch nie, was da wirklich für ein Typ hinten versteckt, wenn du dem jetzt auch Kontra gibst, deswegen traust du dich wahrscheinlich nicht. Und B, ist das aber auch wieder so ein Typ, der nimmt sich wieder wichtiger als alles andere und denkt, das ist jetzt sein Moment, der wird jetzt zum großen Star und morgen wird der bei Temptation Island eingeladen, weil der so eine krasse Performance vor Ort gemacht hat. Also, ja, ja, gut. Ich bezweifle, dass sich The Rock da nicht traut. Doch, glaube ich schon, dass The Rock sehr klug ist, weil da geht es ja nicht darum, dass The Rock eine abbekommt, sondern es geht sich eher darum, dass du nie weißt, ob der, wenn dann, ne, The Rock, stimmt dem nicht zu und gießt da ein bisschen Öl ins Feuer, dann steigt links neben dem einer ein und rechts neben dem einer ein und redet irgendwie auch den einen, dass er die Fresse halten soll oder sowas in der Art und dann hast du ganz schnell eine Keilerei im Publikum. Und ich glaube, dass The Rock nicht so dumm ist und das gut einschätzen kann, weil der Typ wirkte ein bisschen, der wirkte etwas sehr von sich überzeugt. So eine Keilerei willst du ja bei sowas nicht haben, weißt du? Gibt es nur in den USA und Deutschland würde das keiner machen. Ja, aber weiß ich jetzt gar nicht, ob das gerade ausnahmsweise mal so schlimm ist. Ja genau, du weißt nie, wie der durchdreht. Bin ich bei dir, Miriko. Also deswegen, du weißt nicht, wie der da durchdreht. Ja. Bin ich echt gespannt, wie ich das schneiden sollte. Ja, das wäre geil gewesen. Das wäre ein geiler Moment gewesen. Jetzt war es aber einfach gar nichts davon. Was soll der Kleine jetzt erst? Ist das ein Drecksack? Also wirklich. Also wirklich, das ist so ein, also ist das ein Pisser, wirklich. Der, vielleicht, okay, jetzt wird das vielleicht auch erklären, warum der so unfassbar verstört auf der Bühne stand. Jetzt ergibt das Ganze vielleicht ein Bild. Ich weiß nicht, ich habe eine Vermutung. Obwohl, der da schon irgendwie so ein bisschen scheiß TKO ist. So gut. Er findet es aber selbst lustig. Maschine. Oh, der ist voll verwirrt, der Kleine. Aber sehr coole Aktion von Rock, Alter. Geil. Cool, okay, dann kam das danach mit dem Kind. Dann war das jetzt einfach ein bisschen falsch angeordnet. Aber ich habe hier noch was. Ich weiß nicht, ob wir das schon hatten. Übrigens, noch mal zwei Minuten exklusiv auf YouTube. Ist doch geil. Das sind halt Zeug, was wir so jetzt gar nicht gesehen haben. Voll gut, Mann. Also viel geiler kommt man da nicht dran. Genießt es. Was hat die gefasst? Genießt es. Ich tue es auch. Inhaliert es. All right. What's your name? Antonia. Antonia. She said, what makes me think that the title shot was mine to begin with. Was? The title shot? The title shot was mine to begin with. Versteht ihr das? Weil ich habe jetzt auch keine Kopfhörer auf. The title shot? Da höre ich das über die Boxen so schlecht. Why the title shot was mine to begin with. Ah. Ah. Okay. Ja, ja, ja. Okay. Got it. Ja, ich habe nur das Englische nicht verstanden. So, are you a Cody Rhodes man? Yes? Yes, he put it right in his fingers. Stark. Stark. Give him. Great question. So, what? I don't need The Rock's thing that the title shot was his to begin with. Very easy. a few things. Number one, The Rock is the great one. Number two, The Rock the most electrifying man that the world has ever seen. Fuck that shit. Number three, The Rock is the final boss. Which means he comes in whatever he wants, does whatever he wants, says whatever he wants, and then if you shake your head, you don't agree? No? Kleines Mädchen, ne? You do not find the Royal Brombo Cody instead. Ha ha ha! Bam! Haha! Ey, wieso könnten die in alle bessere Promos als Cody, Alter? What the fuck? wo kommt das denn her holy shit also genau das hat kohle auch gesagt ja aber nicht so mit der attitude die weit weniger der blick von kohle ist gut sehr gut du musst erst mal als kind das steht halt einfach schon mal der rock ich meine du bist als kind natürlich auch ein bisschen unverblümter und du weißt nicht was dir da geschieht ich sage euch ehrlich ich wüsste nicht ob ich den satz gedroppt hätte weil ich weiß der hätte mich wahrscheinlich zwei sätze später so dermaßen in der luft zerrissen weil ich weiß was dafür ein clashback kommen kann die kleine vielleicht nicht ist nicht gescriptet also okay das problem ist seit dass ich auch über boxen höre wenn ihr den versteht you shouldn't be around every morning da hört der auf zu filmen das ist nicht sein ernst ja ich hab dir das shirt da jetzt geholt ne das orton shirt ich hatte erst ein bray white shirt aber wenn ihr meinte der hat dir schon eins geschenkt gehabt und du wolltest ja das ko dinge dann habe ich das mitgenommen in zweimal xl musste das sein okay wusste jetzt nicht ob das relevant ist für den stream aber er hat mir das shirt mitgebracht ganz ehrlich so footage vor ort zu kriegen mit der stimmung mit einem publikum plus den superstore und wir sind ja noch nicht durch da kommt ja eventuell heute noch ein bisschen was also vermute ich hoffe ich denke ich dass da noch ein bisschen was kommt ich feier das tod ich feier das tod ich hoffe ihr auch ich hoffe ihr auch youtube das war der erste blick in richtung wrestlemania 40 ich bin froh dass ich nicht vor ort bin und ich bin froh dass dort nicht mein portemonnaie brennt weil das also krass 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 und ich hoffe und da kann der chat gerne auch was zu sagen ich hoffe das nimmt euch mit ich hoffe dass ich im laufe des abends auch noch ein paar videos kriege und so ein content gibt es daily hier auf twitch bei mir aufgrund dessen dass steine mich so füttert mit videos kurs dafür falls euch das gefallen hat es kommen noch weitere videos garantiert eine menge an videos vor ort wir werden ja wir sind ja noch gar nicht bei mania wir werden sicherlich auch ein paar sachen aus der arena kriegen und auch von raw und auch von smackdown und von allem drum und dran seid also gerne am start und wenn er es hier noch nicht getan hat gerne ein like da lassen ein kommentar wie es euch gefallen hat daumen da lassen ein abo da lassen und der chat sagt jetzt auch noch mal tschö chat sagt auch noch mal tschö alle tschö alle winken und freut euch auf weiteren dicken daily content auf twitch und vielleicht auch auf youtube in diesem sinne gut kick bis zum nächsten video